Für Zellig Kiel Viele Tore, viel hin und her. Das Spiel zwischen dem Hamburger SV und Heidenheim entwickelte sich nach einem ruhigen Start zu einem packenden Krimi. Mit einem Hardtrick in neun Minuten hat Bire Michela sogar den Bundesliga-Absteiger Hamburger SV vor einem erneuten Rückschlag in der zweiten Liga bewahrt. Der eingewechselte Stürmer führte die Hans Ecken mit seinen drei Toren in der Schlussphase, 74-80-83, gegen den 1. FC Heidenheim nach einem 0.1 Rückstand noch zum 3.2, 0.0. Nach dem dritten Sieg in Folge mit neun Doppelpunkt 1 Toren kletterte der HSV auf den vierten Tabellenplatz. Die Hamburger haben noch das abgesagte Spiel bei Dynamo Dristen in der Hinterhand. Patrick Schmidt hatte vor 45.379 Zuschauern im Volksparkstadion die Führung für die Gäste erzielt, 64. Robert Glatzel, 89. gelang noch das Anschluss-Tor. Der SV Darmstadt 98 hat den vorübergehenden Sprung an die Tabellenspitze am fünften Spieltag verpasst. Die Lilien retteten durch einen Treffer von Tobias Kempe, 90. gegen den SV Sandhausen wenigstens noch ein 1.1, 0.0. Philipp Klingmann, 46. hatte per Kopf zum 0.1 getroffen, die Vorarbeit leistete Lidpa-Karada-Punktanzeige, jetzt anmelden, 100 Euro Prämie sichern und die Bundesliga tippen. Darmstadt hatte zuvor vier seiner fünf Saisonpflichtspiele ohne ein einziges Gegentor gewonnen. Sandhausen beendete eine Serie von drei Spielen ohne eigenen Treffer und entfernte sich von den Abstiegsringen. Die SPVGG Gräuter führt hat sich dank der Torjäger-Qualitäten von Daniel Keiterl zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze geschoben. Die Kleblätter gewannen das Heimspiel gegen den Tabellentritten der vergangenen Saison. Holstein Kiel, mit 4.1, 0.0. Der bisherige Spitzenreiter 1. FC Köln könnte am Sonntag, 13 Uhr im Live-Ticker bei t-online.de, gegen den SC Paderborn allerdings wieder an Fürth vorbeiziehen. Kai Tarüll war vor 8.370 Zuschauern in der 52. Minute zum erlösenden Führungstör erfolgreich. Der Japaner Yusuke Hideki, 60., erhöhte bei seiner Premiere auf 2.0. Der 21-Jährige war von den Franken vom englischen Zweitligisten Leeds United ausgeliehen worden. Kai Tarüll, 83., steuerte noch sein fünftes Saisontor bei, er Benjamin Girt, 87., verkürzte. Julian Grin erzielte das 4.1, 90.1. Liebe Leserinnen und Leser, Leider können wir Ihnen nicht zu allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Eine Übersicht der aktuellen Leserdebatten finden Sie hier. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community Team Wir sehen uns beim nächsten Mal.